Was wäre, wenn wir in einer Welt leben, in der wir dafür belohnt werden, dass wir uns um uns selbst kümmern und aktiv sind? Oftmals stehen die Themen Einkommen, Spaß und Gesundheit auf jeden Fall im Widerspruch, aber mit diesem Projekt ändert sich alles. Genopads ist nämlich das erste Move-to-earn-Projekt, welches sich dafür belohnt, im täglichen Leben aktiv zu bleiben. Das Schöne hieran ist, das ganze Projekt kannst du als Free-to-Play starten, das heißt du musst hier kein Investment tätigen und du bist direkt mit dabei. Das Team mit der Genopads hat sich auf jeden Fall als festes Ziel gesetzt, hier nicht irgendwie so einen weiteren Schrittzähler Move-to-earn-Projekt auf den Markt zu werfen, wovon es mittlerweile auch schon echt einige Projekte gibt, sondern sie haben sich als Quintessenz das Ziel gesetzt, dass es wirklich ein unterhaltsames Spiel sein soll. Das heißt beim Verwenden der App tust du spielerisch sozusagen etwas für deine Gesundheit und on top kriegst du sozusagen auch noch ein passives Einkommen. Also wenn das nicht mal wirklich lohnenswert ist, dann weiß ich auch nicht. Ich zeige dir also in diesem Video, was es genau mit dem Move-to-earn-Projekt Genopads auf sich hat, wie du schlussendlich hiermit Geld verdienst und ganz wichtig am Ende, wie du sozusagen dich anmelden kannst, um dann mit dabei zu sein und sogar ein gratis NFT zu bekommen. Freunde, es gibt einiges zu besprechen, let's go! Genopads ist also ein Move-to-earn-Projekt, in dem es darum geht, dich um dein Genopad, also sozusagen dein digitales Haustier zu kümmern, wodurch du automatisch auch etwas für dich selber tust, denn man steht sozusagen, ja, man kann sagen, in einer Verbindung zueinander. Deine täglichen Schritte werden nämlich dafür benötigt, dein Genopad täglich zu stärken, es weiterzuentwickeln oder auch sogar gegen andere zu kämpfen. Nach einem langen Tag kannst du dann nämlich deine Schritte gegen Energie durchtauschen und diese Energie fungiert sozusagen als Treibstoff für das gesamte Spiel. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das Ganze ist so eine Kombination aus Pokémon und diesen Tamagotchis. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, aber das sind auch diese kleinen Viecher gewesen, um die man sich immer kümmern musste. Auf jeden Fall ein sehr cooles Prinzip. Schauen wir uns einmal detaillierter die NFTs an. Grundsätzlich müssen wir ja erstmal zwischen zwei Arten von NFTs unterscheiden. Es gibt einmal die Genopads, also sozusagen diese digitalen Haustiere und dann gibt es noch Habitate, also sozusagen der Lebensraum bzw. in der NFT-Welt auch Land genannt. Jeder Spieler bekommt beim Start des Spiels ein gratis Baby-Genopad. Im Laufe der Zeit wird ein NFT dann schlussendlich immer stärker werden, abhängig natürlich wie viel Zeit und Mühe in das Ganze rein investiert und somit wird natürlich auch dein Wert deines NFTs steigen, da es umso stärker wird. Es gibt tatsächlich auch schon eine streng limitierte Genesis Genopads-Kollektion mit 3218 Genopads und diese erste Genesis-Kollektion wurde verteilt an die treue Community, die ganz am Anfang mit dabei war und hier haben wir tatsächlich jetzt einen Floorpreis von 32,99 Solana, was ja über 1000 Dollar ist und das sogar bei unserer aktuellen Bärenmarktphase, also das ist wirklich ein unglaublicher Preis. Muss aber auch sagen, vom Artwork sieht das sehr, sehr cool aus. Aber wie ich schon sagte, macht euch hier bitte keinen Stress, ihr braucht jetzt hier keine 1000 Dollar zu investieren, sondern ihr bekommt hier auch ein Free NFT, ein Baby-Genopad, welches ihr dann selber pflegen und brüten könnt, um es dann ähnlich stark werden zu lassen. Kommen wir nun nochmal auf die NFT-Habitate zu sprechen, welche man sozusagen auch als Lebensraum für die NFTs verstehen kann. Und wenn du solch ein Habitat besitzt, hast du sozusagen automatisch die Möglichkeit, fortgeschrittenes Gameplay, das heißt du kannst deine Schritte, die du ja sonst in Energie umwandeln konntest, um dein Genopad aufzuleveln, kannst aber auch dich entscheiden, diese Schritte in einen Token, und zwar in einen KI-Token umzuwandeln, den du dann sozusagen verkaufen kannst oder wiederum selber nutzen kannst, denn diesen Token brauchst du wiederum, um weitere Gegenstände herzustellen, wie Power-Ups oder Battle-Items oder Items wie Kristalle, mit denen du dann wiederum weitere Lebensräume craften kannst. Also hier ist es wirklich sehr komplex, aber auch sehr, sehr interessant. Selbstverständlich kannst du dir auch dieses NFT auf einem Secondary-Markt kaufen, dieser Supply ist ebenfalls wieder streng limitiert, denn das Ganze ist wieder Genesis, also sozusagen die allererste streng limitierte Kollektion. Und wenn wir uns hier nochmal den Floorpreis angucken, dann sind wir hier sogar bei knapp 50 Solana, wo wir jetzt schon bei über 1500 Dollar sind. In diesem Game steckt wirklich ein unglaubliches Kapital, und es ist jetzt nicht irgendwie gerade, dass es ein absoluter Hype ist, sondern nein, hier in den letzten Wochen ist nicht viel passiert, da die Entwickler wirklich stark am entwickeln sind, das spielt. Das heißt, diese Preise sind tatsächlich unglaublich konstant, und was ich damit sagen möchte, nicht irgendwie gerade so extrem durch die Decke gehypt, durch irgendeinen Marketing-Move, sondern nein, diese Preise werden tatsächlich von Genopad-Investoren gezahlt, die an dieses Projekt glauben. Vielleicht denkst du jetzt, oh mein Gott, diese Preise 50 Solana für so ein Stück Land, das sind ja über 1500 Dollar. Ne, ich bin da an dieser Stelle raus. Stopp, aufgepasst, ich erinnere nochmal dran, das Ganze ist free to play, das heißt, du musst nicht dir ein solches Land kaufen, und wenn du gerne solch ein Land besitzen möchtest, kannst du das Ganze dir auch mieten. Das heißt, eine große Schlüsselkomponente in dem Projekt Genopads ist es auf jeden Fall, Ländereien zu mieten und sozusagen zu vermieten. Das heißt, mit anderen Worten, eine Art Ranting-System. Wenn du dir ein solches Stück Land mieten möchtest, ist es meistens so, dass der Eigentümer einen gewissen Prozentsatz deiner Einnahmen sozusagen bekommt, als Preis dafür schlussendlich, dass er sein Land benutzt. Wichtig zu erwähnen ist, dass es zwei Arten von Rollen gibt, wie du ein Land nutzen kannst, und zwar einmal als Harvester, da geht es darum, dass du deine Schritte sammelst und diese dann schlussendlich in KI-Token wandelst, oder als Alchemist, der wiederum mit diesen KI-Token NFT-Gegenstände wie Crystals herstellt, welche wiederum dafür genutzt werden können, neue Lebensräume zu schaffen. Das heißt, zusammenfassend gibt es auch für dich einen Weg, selbst wenn du Free-to-Play mit dabei bist, später irgendwann auch ein Stück Land zu besitzen. Du könntest nämlich am Anfang dir eins mieten als Harvester, wo du erstmal deine Schritte in die Token umwandelst, und später wechselst du dann als Alchemist und stellst mit deinen Token, die du ja sozusagen selber verdient hast, dir Crystals her, um dann schlussendlich dein eigenes Stück Land zu craften, welches du dann selber benutzen kannst oder im Endeffekt weitervermieten kannst, und vielleicht gibt es dann jemand anderes, der dann genau diesen Kreislauf wiederholt, nur dass du diesmal sozusagen passiv dadurch Geld verdienst. Schauen wir uns zu guter Letzt also noch einmal an, wer sich hinter diesem ganzen Projekt verbirgt, und das sind tatsächlich diese drei cleveren Köpfe. Jeder von den dreien hat wirklich unglaublich viel Erfahrung auf seinem Gebiet, wobei ich hier aber auch noch on top erwähnen muss, wir haben ja auch bereits schon erste Resultate, das heißt, es gibt ja schon eine App, es gibt schon eine Closed Beta, das heißt, wir haben hier auch schon Eindrücke sammeln können, und das, was ich sehe, die gesamte Idee dahinter, und jetzt hier die Umsetzung ist wirklich unglaublich. Zudem kommt noch, dass hier wirklich eine sehr professionelle Kommunikation herrscht, und ich muss schlussendlich einfach sagen, dieses Team hat auf jeden Fall meinen Vertrauen. Ein letzter Blick auf die Roadmap, das ganze Projekt ist sozusagen in vier Phasen unterteilt worden, die erste Phase, Step Banking, ist bereits abgeschlossen, hier war es auch vor allem das Event, wo wir das Baby Genopad bekommen haben, das heißt, hier wäre ich wirklich sehr gerne mit dabei gewesen, habe ich aber leider verpasst, denke aber dennoch, dass wir immer noch hier sehr, sehr früh mit dabei sind, wir befinden uns jetzt nämlich mittlerweile in der Phase 2, hier ist es nun Crafting, Earning und Evolution, und hier geht es halt schlussendlich darum, dass das ganze Wirtschaftsmodell, also das Ecosystem, so langsam ein bisschen in Gang kommt, neue NFTs geschaffen werden, also neue Habitate und das Ganze einfach ins Rollen kommt. Das heißt, hier ist tatsächlich auch ein sehr passender Moment, in der Phase 2 sich mit dem ganzen Projekt ein wenig besser auseinanderzusetzen, hier vielleicht schon mal im Marketplace ein wenig aktiv zu werden, bevor es dann in Phase 3 richtig, richtig losgeht, mit Explorer & Compete, wo dann sozusagen eine Open World und 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 alles Mögliche vorhanden ist. Also es wird, glaube ich, tatsächlich unglaublich, denn ich kann mir so richtig coole Dinge darunter vorstellen. Und jetzt natürlich die ganz große Frage, hey Nick, wie komme ich jetzt an diese App? Und das Ganze ist leider aktuell noch nicht ganz so einfach, aber Chancen bestehen auf jeden Fall, aber in näherer Zukunft wird sich das dann auch nochmal ändern. Es gibt nämlich auch aktuell eine Closed Beta, für die du dich auf jeden Fall anmelden kannst, und das hier oben auf dem Play Now Button, wenn wir den immer mal auswählen, können wir uns dann hier sozusagen einmal mit unserer Wallet verbinden, auch das wieder sehr cool hochwertig gemacht. Und dann kannst du dich im Endeffekt hier für die Beta eintragen, einfach mit deiner E-Mail-Adresse, ich glaube noch deine Wallet, und dann bist du schlussendlich auch schon mit dabei. Falls du jetzt aber ungeduldig bist und nicht so lange warten willst, gibt es noch ein paar weitere Schritte. Die erste Chance ist, ein Genesis Genopad Holder zu sein. Das wäre natürlich ein sehr teures Investment von 1000 Dollar. Muss nicht zwingend sein, denn du kannst tatsächlich auch kostenlos hier mit einsteigen, denn du kannst einfach ein DNA-Member werden. Und dein DNA-Member wirst du, wenn du auf dem Discord Level 10 erreichst, und wichtig, positiv sozusagen einfach auffällst. Das heißt, du wirst aus der Community dann eingeladen, also sozusagen empfohlen, vorgeschlagen, der DNA-Crew, nenne ich es jetzt einfach mal, zu joinen, womit du dann schlussendlich an der Closed Beta dran teilnehmen kannst. Da natürlich kannst du auch ein Genesis Habitat Holder sein, das wären dann 1500 Dollar, und du bist natürlich dabei, aber wie gesagt, auch wieder da, sehr teurer Beilen. Tatsächlich, was ich aktuell denke, was wahrscheinlich am wahrscheinlichsten ist, wenn du aktuell ein Gene-Staker bist. Gene ist nämlich der Governments-Token, den du staken kannst. Natürlich wird jetzt nicht gesagt, welche Anzahl an Token von Gene du brauchst, um sozusagen später dann eingeladen zu werden. Deswegen würde ich sagen, ist diese Möglichkeit ein bisschen intransparent. Und hier würde ich auch nochmal ganz klar sagen, passt auf, jetzt kein FOMO, nicht direkt da reinkaufen, sondern dann setze ich tatsächlich bitte erstmal nochmal selber mit dem Projekt auseinander. Do your own research, denn ich bin kein Anlage- oder Finanzberater. Das heißt, wer natürlich am Ende immer gewinnt und eingeladen wird, ist Anyone Who Finished Registration. Ist natürlich die Frage, wie lange wird das noch dauern? Dazu habe ich tatsächlich auch keine genaueren Angaben. Wie gesagt, ich würde dir auf jeden Fall grundsätzlich einmal empfehlen, dich hier einzutragen. Damit bist du schon mal auf der sicheren Seite. Und wenn es dann soweit ist, bist auch du mit dabei. Als kleiner Nachtrag noch, heute Morgen habe ich tatsächlich die Information bekommen, dass es auch in naher Zukunft Invite-Codes geben kann. Das heißt, dieser Code berechtigt dich an der Beta dran teilzunehmen. Und sobald ich irgendwie irgendwelche Codes in meine Hände bekommen werde, werde ich auf jeden Fall welche unter die Kommentare dieses Videos verlosen, damit du schnellstmöglich mit dabei bist. So Freunde, mir war es tatsächlich einmal unglaublich wichtig, dass ihr euch einmal das Move-to-earn-Projekt Genopads vorgestellt habe. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich unglaublich auf dieses Projekt freue und somit auf jeden Fall unter meinen Top 3 Move-to-earn-Projekten aktuell ist. Während meine Recherche, es hat einfach richtig Spaß gemacht, sich hier mit diesem Projekt auseinanderzusetzen. Und ich kann kaum erwarten, wann es dann endlich für mich losgeht. Ich habe mich auf jeden Fall in die Whitelist bzw. Waitelist eingetragen. Bin gespannt, wann ich dann auch dran bin und wann es für mich losgeht. Mich würde auf jeden Fall nochmal interessieren, was hältst du von dem ganzen Projekt Genopads? Hast du ebenfalls vor, dich für die Beta anzumelden oder hast du es bereits schon getan? Schreib es mir doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal tatsächlich interessieren, wie hier so das Meinungsbild ist, wer das Ganze schon kannte, wer schon mit dabei ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare. Abschließend, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und wenn du Bock hast, mehr auf diesen Move-to-earn-Content und vor allem, wenn du bei Genopads mit am Start sein willst, mit am Ball bleiben willst, dann abonnier auf jeden Fall meinen Kanal, einen Nikcoin, damit du kein weiteres Video verpasst. Ich werde auf jeden Fall erstmal rausgehen zu meiner anderen Move-to-earn-Projekte pflegen, damit gleichzeitig natürlich auch im Training bleiben hier für Genopads und dann sehen wir uns, wenn es soweit ist. Haut rein, Freunde, euer Nik.